Und hepp! Hallo zusammen, ich bin Best Schnickschnack und ich komme eigentlich aus Bechhofen aus Bayern und wo bin ich eigentlich hier gelandet? So viele Leute, so viele Pferde und hier soll ich wohnen? Riecht aber ganz gut. Und das ist meine Mami. Das ist Best Schickimicki. Die war selbst schon richtig erfolgreich früher, als sie selbst noch in der Dressur unterwegs war. Au! Au! Mal gespannt, was passiert. Ganz schön dunkel hier. Bisschen aufgeregt bin ich ja schon. Aber die sind alle ganz, ganz nett und wenn es aufhört zu jucken, dann wird es bestimmt einen schönen Abend. So, dann mal gleich hinein ins Vergnügen. Ich glaube, ich will denen mal zeigen, was ich kann. Ich meine, ich bin ja auch schon zwei Monate und 23 Tage alt. Und ab geht's. Sie haben gesagt, ich soll mich von meiner besten Seite zeigen. Meinen Galopp, meinen Trab und wie gut ich buckeln kann. Buckel vor der Answendung, habt ihr gesehen? Und die Leute, die heben so die Hand und sagen, dass sie mehr Geld für mich bieten wollen. Ich gehe mal zu einem hin, vielleicht. 6.250 Euro für mich? Die, die kenne ich ja. Das ist meine neue Mami. Die war doch vorhin beim Tierarzt dabei. Und die riecht so gut. Und die weiß genau, wo sie juckt. Ich glaube, das wird eine richtig coole Zeit hier in Göttingen. Merkt euch meinen Namen. Best Schnickschnack.